Hallo Freunde der Fotografie, ich bin es mal wieder, der Alfred aus Herne. Ich habe mir mal heute von einem guten Freund das Tamron SP 70 300 ausgeliehen, bin damit mal zum Mümminger See gefahren und habe mich mal in verschiedenen Sachen da versucht, Landschaft, bewegte Motive, sogar fliegende Motive. Da ist ja eine Auswahl, die ist unbegreiflich da, also unbeschreiblich so. Ja, ihr könnt euch selber davon ein Urteil bilden. Ich hoffe, derjenige von dem ich mir das ausgeliehen habe, ist mit dem Ergebnis genauso zufrieden wie ich auch. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich selber habe das Canon 55-250 Objektiv, bin ich auch sehr mit zufrieden, aber ich wollte mal ausprobieren, wie das mit 300 mm aussieht. Und wie gesagt, das Ergebnis seht ihr hier, also ich denke, da kann man wirklich mit zufrieden sein. Und nun wünsche ich euch noch viel Spaß beim Anschauen der Bilder und nicht vergessen, Daumen hoch und abonnieren. Ja, würde mich freuen, wenn das noch mehr werden würde, als es jetzt schon sind. Bis demnächst, euer Alfred aus Herne. Und Dankeschön fürs Ausleihen und dass ich es testen durfte. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017